hallo meine sehr verehrten damen und herren und willkommen zu dieser kleinen ankündigung denn es gibt eine minecraft namenlos live stream diesen freitag am 1. februar 2019 wird es diesen live stream geben und zwar um 19 uhr auf twitch twitch fragt sich jetzt der ein oder andere ja das ist eine streaming webseite der erste link in der beschreibung führt euch direkt zu meinem stream also wenn ihr lust und zeit habt könnt ihr gerne vorbei schon ich würde sagen ich hoffe wir sehen uns dann macht's gut bis dann und ciao